Proxy. P-R-O-X-Y. Das ist der englischsprachige Begriff, um den es in diesem Video geht. Dieser Proxy, das ist zu Deutsch nichts anderes als eine Vermittlungsstelle. Und diese Vermittlungsstelle schaltet sich zwischen meinen Computer und die Internetseite, die ich besuchen möchte. Zuerst einmal möchte ich zeigen, wo auf Ihrem Computer Sie die Einstellungen zum Proxy verändern können. Ich rufe links unten über das Windows-Symbol mein Startmenü auf und finde nun hier den Punkt Systemsteuerung. Hier klicke ich darauf und nun bin ich in der Systemsteuerung gelandet. Es hat sich ein neues Fenster geöffnet. Hier wähle ich nun die Anzeigeneinstellung nicht Kategorie aus, sondern ich klicke hier drauf und wähle den Punkt Große Symbole aus. Hier klicke ich mit einem Linksklick darauf und Sie sehen, die Ansicht hat sich nun geändert. In dieser neuen Ansicht, dieser großen Symbole, suche ich den Punkt Internetoptionen und hier klicke ich mit einem Linksklick darauf. Es öffnet sich ein neues Fenster und in diesem neuen Fenster gibt es hier oben verschiedene Registerkarten. Ich wähle die Registerkarte Verbindungen aus und auf dieser Registerkarte Verbindungen gibt es einen Punkt, der heißt hier unten LAN-Einstellungen. Und jetzt klicke ich auch noch hier darauf und es öffnet sich wieder ein neues Fenster und in diesem Fenster kann ich nun die Einstellungen zum sogenannten Proxy zu dieser Vermittlungsstelle einstellen. Nun, ich sagte ja bereits, Proxy, das ist eine Vermittlungsstelle, die sich zwischen meinem Computer und die Internetseite, die ich gerade besuchen will, dazwischen schaltet. Es ist also so, dass jegliche Verbindung von meinem Computer zum Internet, zu Internetseiten über diesen Proxy, über die Vermittlungsstelle laufen. Alles, was ich im Internet mache, geht immer über diesen Proxy, immer über diese Vermittlungsstelle. Wofür ist diese Technologie eigentlich gedacht? Denn eigentlich ist diese Technologie sehr hilfreich und sehr nützlich. Nehmen wir einmal an, ich betreibe eine Firma und möchte nicht, dass meine Angestellten auf eine bestimmte Internetseite gehen. Zum Beispiel möchte ich nicht, dass meine Angestellten während der Arbeitszeit Online-Shopping betreiben. Das ist etwas Privates und ich möchte als Arbeitgeber nicht, dass meine Arbeitnehmer das tun. Und dann kann ich über eine solche Proxy-Einstellung, über so ein Proxy, dafür sorgen, dass meine Mitarbeiter nicht mehr auf Online-Shopping-Seiten können. Also nicht mehr im Internet shoppen können, nicht mehr einkaufen können im Internet. Oder aber stellen Sie sich vor, Sie haben Kinder und möchten dafür sorgen, dass bestimmte Internetseiten von Ihren Kindern nicht besucht werden können. Zum Beispiel Porno-Seiten oder Seiten mit diskriminierenden rassistischen Inhalten. Auch hierfür ist ein Proxy mit einer entsprechenden Einstellung sehr hilfreich und sehr nützlich. Dafür ist er gedacht. Wenn man diesen Proxy allerdings missbraucht, wie in den Fällen von Werbeprogrammen und Adware und Malware, dann wird hier ein Proxy eingestellt, also eine Vermittlungsstelle, die dafür sorgt, dass Internetseiten, die ich besuchen möchte, mit Werbung vollgekleistert werden. Ich besuche also eine Internetseite und nehmen wir einmal an, diese Internetseite hat bereits zwei Werbeanzeigen. Werbeanzeigen durch diesen Proxy, durch diese Einstellungen, die hier möglicherweise getätigt sind, werden aber dann noch weitere, drei, vier, fünf, sechs, sieben weitere Werbeanzeigen auf die Internetseite hinaufgeschaltet und ich kann die Internetseite vor lauter Werbung gar nicht mehr wahrnehmen. Natürlich, der Betreiber dieses Proxys, der verdient daran Geld an jeder Werbeanzeige. Deswegen ist es wichtig, dass Sie hier die Einstellungen so getätigt haben, wie sie bei mir zurzeit zu sehen sind. Nämlich der Haken steht nur hier oben bei Einstellungen automatisch erkennen. Bei den Stellen darunter, bei Skript für automatische Konfiguration verwenden oder hier unten bei Proxyserver für LAN verwenden, hier setzen Sie bitte nur einen Haken und setzen Sie nur dann Werte ein, wenn Sie ganz genau wissen, was Sie tun. Im Normalfall sollte hier nichts stehen, diese beiden Haken sollten nicht gesetzt sein. Wenn hier bei Ihnen Zahlen eingetragen sind und Sie nicht wissen, wie diese Zahlen dorthin gekommen sind, dann stehen die Chancen dafür, dass es sich hier um einen werbenden Proxy handelt, sehr hoch. Sorgen Sie also dafür, wenn Sie nicht wissen, was hier geschehen ist, dafür, dass die Standardeinstellungen, so wie sie bei mir zurzeit zu sehen sind, getätigt sind. Setzen Sie also nur den Haken hier oben und entfernen Sie die beiden anderen Haken. Danach klicken Sie auf OK und auch im Fenster, das sich dahinter befindet, klicken Sie auf OK. Und nun haben wir die Proxyeinstellungen wieder auf die Standardeinstellungen zurückgestellt und haben die Proxyeinstellungen also sozusagen bereinigt. Dieser Film wurde bereitgestellt von Levato. Mehr kostenlose Filme finden Sie auf www.levato.de Wir freuen uns über Ihren Besuch. Wir freuen uns über Ihren Besuch.